Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ich zeige euch jetzt die Windproof Laufhandschuhe aus unserer eigenen RP-Kollektion. Diese Handschuhe sind der perfekte Wind- und Kälteschutz beim Wintertraining und eine wichtige Ergänzung zu eurem Laufequipment. Auf der Außenseite ist bei diesem Handschuh eine windabweisende Membran eingearbeitet und die Hand erhält so viel wärmenden Schutz bei eisigen Winden. Das Innenmaterial ist sehr angenehm weich und sorgt dafür, dass die Hände wohlig warm gehalten werden. Das breite und elastische Bündchen gewährleistet einen dichten und angenehm weichen Armabschluss. Der Windproof Schriftzug sowie das RP-Logo wirken reflektorisch, somit bieten diese Handschuhe auch noch zusätzlichen Schutz beim Laufen im Dunkeln. Lasst euch nicht den Spaß am Laufen durch eisiges Winterwetter verderben, sondern schützt eure Hände durch die RP-Windproof Laufhandschuhe. Und diese Laufhandschuhe könnt ihr natürlich in allen Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com.